Liebe Facebook-Freunde, nur noch fünf Tage, dann kommt endlich das neue Album West Coast Diaries in die Läden. Wir freuen uns riesig, haben total viel Spaß bei den Vorbereitungen, in meinen Proben. Heute Abend, heute ist der 15. Montag, der 15. August, bin ich in der Hay-Music und stelle dir neue Single Sunset Avenue vor. Es gibt noch ein kleines Interview. Abgefahren ist am 19. Freitag, einen Tag vor unserem großen Konzert in der Zitat des Spandau. Da gibt es ein zweieinhalbstündiges Special, jedenfalls auf Radio Berlin 88 in der Sendung Rockdreams, ich glaube von 19.25 bis 22 Uhr, über meine Karriere, mein Leben, meine Zeit mit China, meine Verrücktheiten, die ich so angestellt habe. Ich freue mich tierisch darauf und mit meinem alten Freund Jürgen Jungs ein tolles Interview. Und ja, am 20. ist es dann soweit. Endlich, wir sind total gierig drauf, live mit euch zu rocken in der wohl schönsten Open Air Arena Berlins, in der Freilichtbühle, in der Städte des Spandau. Und egal, was für ein Wetter ist, ich bin so ein Teil überdacht. Leute, kommt einfach vorbei, habt eine riesen Party und wir sehen uns am 20. Okay? Love and Peace und bis am 20. Das war's. Das war's. Und sonst hätte er von mir